ja die treppe hier hin eins nach unten oder? ja eins warum wollen die da schon wieder eine treppe irgendwo bauen, wo sie gar keine bauen können? ich habe halt auch Angst, dass sie die blöcke unter der treppe einreißen und wir dann gar nicht mehr hochkommen das war wieder, ne das war genau richtig aber So, sie tragen jetzt mal die Deckschicht ab. Dann versuchen sie es zumindest. Ihr sollt hier Boden hinmachen und nicht ein Wohnzimmer oder so hochziehen. Ah ja, langsam wird hier gefüllt. Ach ja. Die Deckschicht wird nach und nach abgebaut. So, hier wird hier... Ja, man merkt, Steinabbau ist jetzt etwas langsamer. So, hier wird hier. Ja, und wenn man hier so von der Seite schaut, das mal abgesehen von hier, sieht das schon ziemlich nach gewollt aus. Wobei dann halt hier so die Sache ist. Genau, wir können hier kein... Holz... aufstellen, so. Wir müssten das erst auch erst noch flatten. So. Jedenfalls das Stück hier. Hätten wir ein bisschen noch was zu flatten hier. Können wir ja nachher die Taske darüber verschieben. So. 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 Noch mehr als genug zu tun. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kann für einfach dein Lied hier. Jetzt wird ja jetzt auch immer alles leer gebübelt. Okay, ein paar Rampen stehen noch. Aber wenigstens haben sie so weit abgetragen, dass sie locker an die Blöcke noch kommen. Also einfach die Treppe hoch. Haben sogar schon hier angefangen abzubauen. Okay. Okay. Was ist das? So, jetzt wird das ja auf ordentlich verwertet, also die Steine. Oh, hier können wir auch wieder ein bisschen ändern. Wobei halt stimmt, da sind wir noch nicht ganz fertig. Gut. Dann machen wir gleich so, dass es schön eben wird. Oh, hier haben wir auch ein Eckchen übersehen. Hier nämlich. So. Hey, hier wird es solide abgebaut. Dann, wozu kommen Sie auch mal hier runter? Ja, können Sie ruhig machen. Hauptsache, der Berg wird nach und nach abgetragen. Man merkt ja, es wird jetzt schon ziemlich viel vom Berg. Ich hätte gerne vorher und nachher ein Bild gemacht, aber naja. Könnte ich ja irgendwann mal... So, hoch ausruhnen. Ja. Also, ich müsste die Map nochmal dann neu starten von Anfang an. Dann später ein Foto machen und dann später, wenn wir fertig sind, noch ein Foto. Beziehungsweise einfach das Foto vom Anfang einblenden. Da hätten wir ein Vorher-Nachher-Bild wenigstens. Also, wenn wir mal so eine Vorstellung dann haben, was wir geleistet haben hier auch. Also, ich mit der ganzen Planung und ihr mit der Geduld mal zuschauen. T-T-T-T-T-T-T. T-T-T. Das war's für heute. Also ja, noch zwei Bricktrons. Ja, der nächste wird eine ganze Weile verdauern. Noch. Eine ganze Weile dauern, ja. Ja, als nächstes muss dann der Berg abgetragen werden. Und dann wird kommt das ganz große Abtragen. Also Stück für Stück, bis wir die ganze Fläche hier runter haben. Na ja, das kann noch eine Weile dauern und wir müssen ja auch noch auf der Seite auffüllen. Und ja, nachher finden wir heraus, dass das alles nicht so klappt, weil die Entwickler es nicht so berücksichtigt haben, wie ich es gern hätte. Wann kannst du nicht die zwei Blöcke mal füllen? Okay. 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 Ich dachte, dass er auch doch schon mal ein gutes Zeichen. Genau. Stoff bitte die beiden Löcher. Da taunt er da einfach. Naja. Oh, guckt mal, wie fleißig die hier schon waren. Die Deckschicht ist weg. Fast alles hier oben ist weg. Also ja, die zweite Ebene haben wir auch fast schon abgebaut. Okay. 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 Und dann müssen wir auf der anderen Seite eben auch noch damit anfangen. Und wenn das alles fertig ist, muss obendrauf auch nochmal eine Schicht. Das war dann halt richtig lustig. Also ja, vor allem, dass wir abtragen, um wieder aufzutragen. Hier lässt du dich da liegen. Und ja, der Quarry, der wird nicht mehr benötigt. Hier sieht man ja schon fast nichts mehr von unserem Unheil, das wir verursacht haben. Er hat es endlich geschafft zu füllen. Ganz ehrlich, hier können wir noch einen Flat Task einfach einbauen. Gut, da wird halt da ein bisschen abgeebnet, aber sei es drum. Gut, da wird halt da ein bisschen abgeebnet. Gut. Wir влиhen Sie das.